Herr Bürgermeister, zum Jahresauftakt-Interview, da würden wir von Ihnen gerne mal die drei wichtigsten Projekte für Hamburg fürs kommende Jahr von Ihnen wissen und zwar in drei Schlagworten. Der Wohnungsbau muss weiter vorangehen, günstiger Wohnraum für alle, die eine Wohnung brauchen. Zweitens, die Elbvertiefung muss schnell vorankommen. Und drittens wünsche ich mir, dass der HSV wieder aufsteigt und St. Pauli gleich mit. Zu den Themen kommen wir später auch nochmal. Jetzt könnte 2019 auch so ein Schicksalsjahr für Deutschland und für Hamburg werden. Handelsstreit mit den USA, da könnte die Weltwirtschaft in Stocken geraten und Bundesfinanzminister Scholz, der kündigt schon mal an, dass es vorbei sein könnte mit den sprudelnden Steuermehreinnahmen. Das könnte jetzt einem Regierungschef einer Welthandelsmetropole schon mal schlaflose Nächte bereiten, also vielleicht auch Ihnen. Schlaflose Nächte nicht, aber wir müssen immer sehen, dass es Risiken gibt. Die gab es früheren Jahren auch schon. Derzeit gibt es erste Anzeichen, dass es nicht ganz so gut weiterläuft, wie wir das gewohnt waren die letzten Jahre. Aber wenn es ein bisschen schlechter wird, ist es ja immer noch ein Niveau, von dem wir gut ausgehen können. Wir haben eine sehr, sehr niedrige Arbeitslosigkeit, wie noch nie in den letzten Jahrzehnten. Und es gibt immer noch sehr starke Unternehmen in Hamburg. Wir brauchen allerdings eine gute weltweite Konjunktur, weil wir ein internationaler Wirtschaftsstandort sind. Und deswegen hoffe ich, dass die Risiken, die viele sehen, sich eben nicht bewahrheiten. Das wirtschaftliche Herz Hamburgs, das ist immer noch der Hafen. Da ging man mal von 12 Millionen Containern pro Jahr aus. Man ging sogar schon mal von 28 Millionen pro Jahr aus. Momentan sind es nicht mal neun. Wie ernst ist die Lage? Wie steuern Sie dagegen? Nein, die Lage ist sehr gut, weil wir ja nun endlich durch sind mit dem über viele Jahre unsicheren Projekt der Elbvertiefung. Und Wirtschaft ist auch viel Psychologie. Die Reedereien, die ihre Routen planen, müssen eine Sicherheit bekommen, dass sie in den nächsten Jahren mit ihren großen Containerschiffen nach Hamburg kommen können. Und diese Sicherheit gibt es jetzt. Und deswegen ist das ein Aufbruchsignal für den Hafen und für alles, was damit zusammenhängt, dass wir jetzt wirklich praktisch mit der Elbvertiefung beginnen und es keine rechtlichen Unsicherheiten mehr darüber gibt, dass es auch wirklich jetzt sehr bald fertig wird. Wobei die Umweltverbände wieder klagen. Sind Sie da ganz sicher, dass das für Sie gut ausgeht oder sind Sie da eher abwartend? Also es ist so, dass wir die rechtlichen Unsicherheiten beseitigt haben, dass wir jetzt wirklich beginnen können. Es gibt jetzt noch ein paar Randfragen, ob die Ausgleichsmaßnahmen, die wir ja wirklich schon im umfangreichen Umfang planen und auch schon durchführen, ob die wirklich ausreichen. Aber es gibt nichts mehr, was das Projekt aufhalten kann. Und das haben auch die Umweltverbände anerkannt. Und deswegen haben wir Rechtssicherheit. Und das ist ein ganz wichtiges Aufbruchssignal für die Hafenwirtschaft. Gucken wir mal in die Zukunft. 2020 sind Bürgerschaftswahlen. Da gab es jetzt gerade Umfragen von Forsa und Abendblatt, laut denen die SPD jetzt bei 30 Prozent in Hamburg landen würde. Sie kommen von 48, 45 Prozent unter Olaf Scholz. Wie zufrieden glauben Sie, sind die Menschen hier momentan mit ihrer Regierung angesichts dieser 30 Prozent? Wir haben insgesamt als SPD schwierige Zeiten. Immerhin, wenn jetzt Wahlen oder Umfragen sind, läuft es in Deutschland für die SPD momentan nicht so gut. Wir in Hamburg stehen deutlich besser da. Das ist so, das hat sich auch nochmal gezeigt jetzt. Wir hatten auch schon Umfragen in Hamburg, die schlechter waren. Wir haben mal eine Umfrage gehabt mit 28 Prozent vor nicht langer Zeit. Dann waren wir bei über 30. Jetzt sind wir bei 30. Aber es geht nicht darum, dass wir Umfrageaktualitäten jetzt beurteilen, sondern in Hamburg muss man sich sicher sein, dass die SPD die Stadt voranbringt. Dass wir hier gut regieren und dass wir Zuspruch bekommen für das, was wir an Grundlinien haben. Und das erfahre ich überall. Es gibt auch aktuelle Hinweise, dass das mit dem Bürgermeisterwechsel ganz gut geklappt hat. Dass die meisten sagen, ja, das läuft gut weiter. Und deswegen bin ich eigentlich ganz zuversichtlich. Ihr Koalitionspartner, die Grünen, die können sich freuen. 24 Prozent haben Sie laut Umfragen, wenn jetzt Bürgerschaftswahl wäre. Die SPD möchte ohne Koalitionsaussage in den Bürgerschaftswahlkampf 2020 gehen. Wollen Sie am Ende dann vielleicht lieber mit einer schwachen CDU als mit starken Grünen koalieren? Das ist jetzt gar nicht die Überlegung, die ich mir so mache. Ich bin Bürgermeister geworden, um diese Stadt gut zu leiten, zu lenken, zu führen. Und dazu ist es wichtig, dass der gesamte Senat viel Zuspruch bekommt. Und das ist so. Wir haben auch jetzt einen großen Zuspruch zum Senat insgesamt. Das ist in Deutschland nicht selbstverständlich, wenn Sie andere Landesregierungen oder auch die Bundesregierung derzeit nehmen. Und deswegen bestätigt das unseren Kurs, vernünftige Arbeit zu machen und nicht jeden Tag an Wahlkampf zu denken. Oder an die Frage, welcher Prozentpunkt geht an welche Partei. Wir sind ein Senat für die gesamte Stadt. Der Zuspruch zu unserer Arbeit ist hoch. Und insgesamt haben die Grünen jetzt in ganz Deutschland einen gewissen Hype. Aber wir kennen das aus den letzten Jahren. Es ist mal so, dass Parteien gute und schlechte Zeiten haben. Gott sei Dank ändert sich das auch, je nachdem, wie gut gearbeitet wird. Und deswegen habe ich jetzt keine Sorge, dass das auch mit der SPD wieder bergauf geht. Und wir in Hamburg sind ein sicherer Anker dafür. Denn wir sind deutlich besser als in anderen Ländern und im Bund, auch was die Umfragen angeht. Sie haben erstmals eine Weihnachtsansprache gehalten, die konnte man online sehen. Da haben Sie den sozialen Zusammenhalt in dieser Stadt betont, der besonders groß sei. Woran machen Sie das fest? Wenn ich jetzt so an Stadtteile denke, wie Harvest-Hood und Blankenese und dann vielleicht auch die Veddel und Wilhelmsburg. Die sind ja weit auseinander und nicht nur geografisch. Nein, es geht mir ja in der Weihnachtsansprache darum, mal etwas zu sagen, was von großer Bedeutung ist, obwohl wir es nicht jeden Tag als ein wichtiges Einzelprojekt nehmen. Wir müssen uns ja um unsere Wirtschaft kümmern. Das ist etwas enorm grundlegend Wichtiges, was wir in Hamburg haben. Unsere wirtschaftliche und finanzielle Kraft gibt uns die Möglichkeit, all das zu erreichen, was wir machen. Diese Schulen zu sanieren und zu bauen, dass wir die Straßen in Ordnung bringen. Das alles beruht auf den wirtschaftlichen Stärken, die wir haben und auf den vielen Arbeitsplätzen. Gute Jobs, die gut bezahlt werden, was allen zugute kommt. Aber das ist nicht das Einzige auf der Welt, was von Bedeutung ist. Und deswegen finde ich, zu Weihnachten ist es wichtig zu sagen, das, was uns auch auszeichnet als wirtschaftsstarke Stadt ist, dass sich viele Menschen um das Gemeinwesen kümmern, um ihre Mitmenschen kümmern, weil sie können als Staat nicht alles alleine machen. Sie brauchen immer Ehrenamtlichkeit. Sie brauchen Verbände, Initiativen, Sportvereine, die sagen, ich bringe mich mit ein. Und ich trage dazu bei, dass man in einer Stadt wie Hamburg, die sehr attraktiv ist, auch wirklich gut leben kann. Und zwar unabhängig davon, ob man jetzt diesen oder jenen Beruf hat, ob das Einkommen besonders hoch ist oder eher normal. Sondern wir wollen, dass alle an der Attraktivität teilhaben können. Und dazu gehört auch, dass Stadtteile sich um sich selber kümmern, dass ihnen geholfen wird, wenn bestimmte Probleme bestehen. Und deswegen kümmern wir uns gerade auch um Bereiche in Hamburg, die es etwas schwieriger haben von der Einkommenssituation her. Deswegen tun wir viel für Vädel, für Wilhelmsburg, für den Dulsberg, für Stadtteile, Bildstedt, Horn. Es gibt viele, wo wir sagen, da machen wir besonders viel. Dort sorgen wir zum Beispiel für besonders kleine Klassen in den Grundschulen, kümmern uns darum, dass gerade dort auch Kitas sind, wo kostenfreie Kita-Plätze zur Verfügung stehen. Und deswegen ist das, was ich in der Weihnachtsansprache als den sozialen Zusammenhalt angesprochen habe, etwas, was für die Gesamtentwicklung unserer Stadtgesellschaft besonders wichtig ist. Grundlage für unsere wirtschaftliche und finanzielle Kraft ist das, was unsere Unternehmen machen. Die Innovationskraft, die darin steht, dass wir wirklich ein wissenschafts- und wirtschaftsstarker Standort sind. Man braucht aber zunächst erstmal auch eine Wohnung, um hier in Hamburg anzukommen. Es wird in großem Stil gebaut, 10.000 neue Wohnungen sollen pro Jahr genehmigt werden, 3.000 davon sollen Sozialwohnungen sein. Aber die Mieten, die steigen weiter, die Eigentumspreise, die steigen weiter. Wann kann denn konkret eine Familie mit Kindern mit normalem Durchschnittseinkommen sich in Hamburg wieder eine Wohnung kaufen oder eine Mieten zu einem normalen Preis, die groß genug ist? Ja, es gibt Licht und Schatten. Wir haben immer noch steigende Mieten und das ist etwas, was wir nur durch mehr Wohnangeboten, durch mehr Wohnraum auch wirklich in den Griff bekommen. Und dadurch, dass wir seit Jahren wirklich jetzt 10.000 Baugenehmigungen pro Jahr mindestens erreichen, steigen die Mieten schon nicht mehr so stark wie in Berlin oder in München oder in anderen großen Städten Deutschlands. Und deshalb kommen wir gut voran. Wir haben auch einen großen Wohnungsbestand, der günstig zu mieten ist. Wir haben viele Genossenschaften, wir haben die städtische Wohnungsbaugesellschaft Saga. Wir haben auch private Unternehmen, die sich dem Gemeinwohl verpflichtet fühlen und den Wohnungsbestand günstig anbieten. Und damit meine ich so im Schnitt 8,50 Euro. Das ist nämlich der Durchschnittsmietwert, den wir in Hamburg haben, während er in München bei über 11 Euro liegt. Und das zeigt, wir kommen schon gut voran, aber wir brauchen, wie Sie richtig sagen, auch günstigen Wohnraum für Familien, die normales oder eben niedriges Einkommen haben. Deswegen bauen wir 3.000 Sozialwohnungen jedes Jahr und machen jetzt auch spezielle Angebote für Einkommen, die so ein bisschen oberhalb der Einkommensgrenzen für die Sozialwohnungen liegen. Wir nennen das den 8-Euro-Wohnungsbau, wo wir günstige Grundstücke den Wohnungsbauunternehmen geben, die sich dann verpflichten, Wohnungen zu bauen, die dauerhaft für 8 Euro pro Quadratmeter zu mieten sind. Da geht es auch um Erbpacht. Darauf will Hamburg jetzt vermehrt setzen. Erklären Sie mal, was ist der Vorteil? Der Vorteil ist, dass Sie städtischen Grund und Boden nicht für immer und ewig verkaufen und veräußern, sondern dass Sie sagen, für eine normale Investitionsdauer von 50 Jahren oder auch einen Tick kürzer oder länger, darf jemand Wohnungsbau betreiben. Wir können das auch kombinieren mit Vereinbarungen, indem wir sagen, dieses Grundstück ist günstiger im Erbbau-Rechtsverhältnis, weil wir Zusagen bekommen, dass dort zum Beispiel günstige Mieten eingehalten werden. Und damit steuern wir den Grundstücksmarkt in Hamburg ein bisschen in die Richtung, dass es nicht immer teurer wird, zu bauen und eben auch zu wohnen. Es ist ein sehr bewährtes Prinzip, das gibt es in Hamburg seit über 100 Jahren. Und dadurch ist die Stadt immer wieder in der Lage, auch neue Entscheidungen zu treffen, zu sagen, hier entsteht jetzt wieder ein neues Wohngebiet oder es kann auch einmal ein neues Gewergebiet entstehen, dadurch, dass wir nach Ablauf einer bestimmten Dauer wieder sozusagen im Eigentum der Stadt mit diesen Grundstücken sind. Rund 190.000 Menschen in Hamburg, die leben in Gebieten mit einer sozialen Erhaltensverordnung. Die sollen so vor Verdrängung geschützt werden. Wenn das wirklich ein gutes Mittel ist, warum gibt es nicht mehr davon? Ich glaube, es sind elf Gebiete von 104 Stadtteilen in Hamburg. Das sind schon mehr als früher. Wir haben viele solcher Erhaltenssatzungen neu jetzt beschlossen. Aber es eignet sich nur in bestimmten Stadtteilen. Wir müssen sozusagen eine Entwicklung dadurch beeinflussen können. Wenn Sie in Stadtteilen, in denen schon die Dinge geregelt sind, solche Satzungen aufstellen würden, würde das keine Veränderung auslösen. Und deswegen machen wir es dort, wo es nötig ist. Und das sind immer Stadtteile, wo wir befürchten müssen, dass Menschen mit geringem Einkommen verdrängt werden würden. Denn das ist genau das, was wir in einer Stadt wie Hamburg, sozialer Zusammenhalt, nicht wünschen. Dass diejenigen an den Rand oder aus der Stadt heraus gedrängt werden, die seit Jahrzehnten hier arbeiten, leben und eben nur deshalb verdrängt werden würden, weil sie nicht die wirtschaftliche Kraft haben, die andere vielleicht haben. Nächster Themenblock, Autoverkehr und Umwelt. Die Stadt, die ist eine einzige Baustelle. Und Sie werden auch nicht müde zu betonen, das kommt irgendwie daher, dass die CDU-Senate sehr viel verschlafen hätten in der Vergangenheit. Lassen Sie mich raten, 2020, kurz vor den Bürgerschaftswahlen, da gibt es nicht mehr so viele Baustellen? Nein, es gibt so viele Baustellen, wie wir brauchen, um die Straßen in Ordnung zu bringen. Und ich rede jetzt nicht über einzelne Parteien. Es ist in den früheren Jahrzehnten zu wenig gemacht worden. Deswegen hatten wir 2011 tiefe Schlaglöcher in den Hauptstraßen unserer Stadt. Und schon jetzt können Sie sehen, dass das mit den Hauptverkehrsstraßen besser geworden ist, dass wir viel, viel schon erreicht haben in der Sanierung. Aber es muss weitergehen. Es gibt immer noch viele Beschwerden darüber, wie Nebenflächen aussehen, wie in den Wohnquartieren die Straßen noch nicht in Ordnung gebracht wurden. Und deswegen brauchen wir noch einige Jahre viele Baustellen, um die Stadt in Ordnung zu bringen. Dazu kommt ja, dass wir die Digitalisierung voranbringen müssen. Wir müssen ein Glasfasernetz in die Stadt bringen. Und auch dazu gibt es viele Baustellen, die wir brauchen, um als Stadt modern und leistungsfähig und attraktiv zu sein. Weil wir aber so viele Baustellen haben, kommt es natürlich auch zu mehr Behinderungen durch Sperrungen und Umleitungen. Und deswegen haben wir uns entschieden, auch mit völlig neuen Möglichkeiten, diese Baustellen zu koordinieren. Also mit mehr Computern, mit IT, mit einem System, in die wir alles einbeziehen. Auch kleinere Nebenbaustellen, die ja manchmal ganz schwierig werden können, wenn gerade eine Umleitungsstrecke nun auch noch von einer kleineren Baustelle beeinträchtigt wird. Sie reden jetzt von dieser Aufwertung der Koordinierungsstelle. Ja, wir reden jetzt davon, dass wir mit sehr, sehr modernen Möglichkeiten diese Baustellenkoordination vornehmen, weil wir das jetzt brauchen. Und früher, weil es nicht viel zu koordinieren gab, das auch nie ausprobiert wurde. Und wann ganz konkret sehen wir da Ergebnisse? Das wird man jetzt sehen. Wir bauen das jetzt auf. Es ist ja schon vom Senat beschlossen worden, dass das passieren soll. Wir beginnen auch mit diesen Arbeiten. Das braucht natürlich immer ein paar Monate, bis das so ins Laufen kommt. Aber es soll so bald wie möglich jetzt greifen. Deswegen, die Baustellen werden immer ein Stück weit Behinderung sein. Wir müssen aber unsere Stadt weiter in Ordnung bringen. Deswegen geht das weiter mit dem Bauen und Sanieren. Aber es wird ein Stück weit professioneller koordiniert, mit mehr modernen Möglichkeiten die Ausweichverkehre auch vorher zu berechnen und dadurch eben die beste Koordination auch sicherzustellen. In Hamburg, da gibt es zwei Straßen, durch die dürfen ältere Dieselfahrzeuge nicht mehr durchfahren. Ich habe jetzt mal in das Sommerinterview mit Ihnen bei uns geschaut. Da haben Sie gesagt, wir werden automatisch zu sauberer Luft kommen, weil die ganzen Maßnahmen im Luftreinhalteplan, die wirken ja. Damit meinen Sie so Landstrom für Schiffe, E-Mobilität, bessere Radwege für Radfahrer. Und Sie sagen, die Luft wird sehr bald sauberer sein. Das war, als Sie ungefähr 100 Tage im Amt waren. Wann ist dieses sehr bald? Das ist jedes Jahr der Welt. Wir werden das auch jetzt wieder sehen. Wir sind Jahr für Jahr besser geworden in den Schadstoffwerten in der Luft. Wir haben kein Problem mehr mit Feinstaub. Das muss man ja auch mal erwähnen. Überhaupt kein anderer Schadstoff ist bei uns noch ein ernstes Problem. Wir haben nur noch das Stickoxid-Problem. Und auch dort werden die Werte Jahr für Jahr besser. Und wenn Sie alleine sehen, dass wir jetzt mit dem Landstrom im Hafen, dass wir jetzt mit den nur noch emissionsfreien Bussen, die wir beschaffen, für die Hochbahn, wo wir ja über 1000 Busse im Betrieb haben, dass wir dadurch wirklich auch strukturell Dinge tun, die es doch nie gegeben hat, die es auch sonst in Deutschland so nicht gibt, dass wir dort auch noch mal eine Schippe drauflegen und schneller noch vorankommen wollen. Denn es ist ja so, wir stehen unter einem rechtlichen Druck. Es geht ja nur um Zeit. Es geht schon darum, dass wir besser werden, aber es geht auch um einen rechtlichen Druck, der aufgrund europäischen Rechts dazu führt, dass in ganz Deutschland jetzt Gerichte, Städte dazu verurteilen sozusagen, Fahrverbote, auch ganze Bezirke einer Stadt sozusagen mit Fahrverboten zu belegen. Und gerade das wollen wir verhindern. Aber Ihr Umweltsenator Kerstan sagt ja zu diesem Punkt, es könnte an zwei Straßen in Hamburg auch zu weiteren Beschränkungen kommen. Sie sind weiterhin anderer Meinung. Nein, ich weiß, dass das ein rechtliches Problem ist. Und wir sind auch in Hamburg mit diesem rechtlichen, mit diesem, damit konfrontiert, dass Verbände sagen, wir verurteilen die Stadt jetzt und zwingen die Stadt rechtlich, noch mehr Fahrverbote zu machen. Dagegen argumentieren wir, indem wir dem Gericht sagen, was wir alles tun. Das, was ich Ihnen auch im Sommerinterview gesagt habe, tragen wir sozusagen vor Gericht vor. Wir zeigen alle Maßnahmen und sagen, dass wir auch ohne Fahrverbote gut vorankommen mit der sauberen Luft. Und wir hoffen, dass das Gericht uns da Recht gibt. Aber sicher ist man natürlich nie. Und deswegen hoffen wir, dass wir mit all unseren Maßnahmen auch rechtlich mehr Sicherheit haben, damit wir in Hamburg nicht noch mehr Fahrverbote aufgedrängt bekommen. Es soll eine neue U-Bahn-Linie entstehen in Hamburg, die U5. Zunächst dieses Mal 2020 wird mit dem Bau begonnen. Dann hieß es mal 2023. Wie sind zurzeit Ihre Information? Ich weiß nicht, von welchen Oppositionsabgeordneten Sie solche Zahlen haben. Der Senat hat nie einen Zeitpunkt genannt, ab wann was passiert. Das heißt, Sie sagen auch heute keinen Zeitpunkt dazu? Nein, weil wir ja eine Erfahrung aus dem Bau der Elbphilharmonie mitgenommen haben. Wir haben gesagt, erst wird geplant und Sorgfalt geht vor Geschwindigkeit. Das heißt, es gibt keinen festen Zeitplan. Es gibt nur die Vereinbarung und die Entscheidung, dass wir so schnell wie möglich jetzt mit der Planung voranschreiten. Wir haben gesagt, dass wir die Machbarkeitsuntersuchung Ende 2018 abgeschlossen haben. Das heißt, wir wissen jetzt sehr viel besser, wie man die U5 bauen könnte. Und deswegen werden wir jetzt in wenigen Tagen das auch vorstellen, welche Überlegungen es gibt, den genauen Trassenverlauf der U5 festzulegen, welche Varianten es gibt mit den möglichen Standorten von U-Bahn-Haltestellen. Das liegt völlig im Plan. Aber wann genau welche Maßnahme beginnt und wie teuer sie ist und wie wir mit dem Bund die Finanzierung klar machen, das ergibt sich in der weiteren Konkretisierung des Projekts. Und alle, die da irgendwelche Zahlen in die Welt setzen, müssen sich vorwerfen lassen, dass man das, wenn man solide ist, noch nicht genau sagen kann. Für Sie ein ganz wichtiges Thema, Bildung und Wissenschaft. Sie wollen, dass Hamburg zur führenden Wissensmetropole wird. Da wird auch mehr Geld für ausgegeben als noch unter Olaf Scholz. Was haben aus Ihrer Sicht auch Bürger, die nicht im Wissenschaftsbetrieb zu Hause sind, davon, dass Hamburg da ganz vorne mitschiebt? Alle haben ja den Wunsch, dass wir Bildung für alle ermöglichen. Wir beginnen in den Kitas mit den kostenfreien Kita-Plätzen, die wir allen Familien garantieren. Wir haben kleine Klassen in den Schulen. Wir haben ein Bildungswunder in Hamburg, wenn man mal Außenstehende fragt. Weil wir in den Schulunterricht besser werden in den Ergebnissen. Wir stärken die berufliche Bildung, weil es ja jungen Menschen darauf ankommt, auch gute Handwerksberufe lernen zu können oder eben berufliche Ausbildungsplätze zu nehmen. Aber dazu gehört eben auch die akademische Lehre. Wir brauchen viele Ingenieure, wir brauchen Ärzte, Juristen, Wirtschaftsfachleute. All das ist etwas, was junge Menschen als Berufsperspektive haben möchten und was wir als Stadt zugleich auch brauchen. Deswegen alleine brauchen wir Wissenschaft, weil die akademische Lehre, dass die Ausbildung an den Universitäten ein wichtiger Zukunftsfaktor ist. Und zweitens brauchen wir die Wissenschaft, um Lösungen zu finden für das, was in der Zukunft unsere Stadt noch attraktiver und lebenswerter machen kann. Wir müssen ja mit der Energiewende vorankommen. Wir wollen ja den Verkehr noch besser organisieren. Wir müssen die Fragen der Digitalisierung, also in der Arbeitswelt, wie gehen wir um mit den neuen digitalen Möglichkeiten in der Arbeitswelt, in der medialen Öffentlichkeit. Das sind alles Fragen, wo neue wissenschaftliche Erkenntnisse nötig sind, damit wir zu besseren Ergebnissen in der Zukunft kommen. Und deswegen ist Wissenschaft nicht nur gut für die, die in der Wissenschaft arbeiten, sondern gerade für alle anderen. Wir können als Stadt von der Wissenschaft enorme Chancen sozusagen gewinnen und die wollen wir eben auch nutzen. Wir haben eben darüber gesprochen, mehr Einwohner in Hamburg, heißt auch mehr Kinder, es werden Schulen gebaut, mehr Lehrer eingestellt. Aber auch da gibt es hin und wieder mal Protest, zum Beispiel in Altona. Da soll der Grundschulzweig einer Schule von etwas unter 300 auf 600 Kinder anwachsen, auf der gleichen Fläche. Verstehen Sie den Ärger und die Ängste mancher Eltern? Was würden Sie denen sagen? Es gibt immer an einzelnen Stellen Einwände, eine Schule zu vergrößern. Manchmal gibt es auch einen Einwand, wenn wir einen Schulstandort verkleinern. Das muss immer in jedem Einzelfall abgewogen und entschieden werden. Grundsätzlich brauchen wir aber Schulen, die beste Qualität haben. Wir brauchen sanierte Schulen. Wir hatten auch 2011 ja nicht nur Schlaglöcher in den Straßen. Wir hatten auch Schulen, die in einem ganz, ganz schlechten Zustand waren. Und wir haben jetzt über zwei Milliarden dafür investiert, Schulen zu sanieren, auch neue Schulen zu bauen, Schulen zu erweitern oder eben auch an anderen Stellen Schulen zusammenzuführen. Einfach um gute Räume für gute Bildung zu erreichen. Und das ist ein Projekt, was weitergehen wird. Klar ist, für alle jungen Menschen wird es ausreichend Schulraum geben. Und wir werden auch überall sicherstellen, dass es kleine Klassen weiterhin geben wird. Und dafür brauchen wir eben viele, viele Standortentscheidungen. Im Einzelfall gibt es manchmal Schulen, die sagen, wir hätten gerne einen Zug, wie man das nennt, also einen Klassendurchgang weniger. Manchmal höre ich, wir brauchen einen mehr. Aber das muss eben alles im Einzelfall auch passen. Und ein Schulgebäude kann man ja nicht mal eben in einer Woche hinstellen und wieder abreißen, sondern das sind ja immer Gebäudeentscheidungen, die für einige Jahrzehnte gemacht sind. Und deswegen ist das nicht ganz so leicht. Wir sind nicht ganz so flexibel im Schulbau, wie wir das in anderen Fragen sind. Deswegen ist das immer eine manchmal anstrengende Diskussion im Einzelfall. Aber wenn Sie uns unsere Schulen in Hamburg, wie sich die letzten sieben Jahre entwickelt haben, ansehen, werden Sie ganz viel Zufriedenheit in der Stadt haben. Ich bin an vielen Standorten gewesen, wo Leute gesagt haben, es ist ganz toll gelungen. Es ist nicht nur eine sehr gute Schule entstanden, sondern es ist quasi ein Raum für den Stadtteil entstanden, weil man zum Beispiel die Aula nutzen kann für Kulturveranstaltungen, für Stadtteilveranstaltungen. Das heißt, wir machen mit den Schulen viel mehr als nur guten Unterricht. Wir bauen sie ein in attraktive Stadtteile. Jetzt kommen wir noch mal zu zukünftigen Ereignissen, auf die Sie sich freuen dürften. Ich sage den ersten Teil des Satzes und ich bitte Sie, das kurz zu ergänzen. Peter Tschentscher regiert ab 2020 ohne Koalitionspartner, wenn... Wenn alles super läuft. Olaf Scholz wird Kanzler, wenn... Wenn auch alles super läuft. Wenn alles gut wird, haben wir vielleicht einen Kanzler Olaf Scholz. Und wenn der HSV und St. Pauli aufsteigen, dann... Laden wir alle ins Rathaus an und machen eine große Feier. Auf dem Balkon. Zum Beispiel. Und Sie öffnen eine Flasche Shampoos. Mindestens eine. Ich danke Ihnen sehr für das Interview und dann wünsche ich Hamburg und Ihnen alles Gute fürs Neujahr. Danke Ihnen.